Du kennst mein Leben. Ich habe mich schon einmal getäuscht und kann mir keinen Irrtum mehr erlauben. Ich wusste, wie sehr ich dir wehtat, aber ich hatte das Gefühl, ich würde alles hören können, würde aus Liebe zu dir alles ertragen. Solltest du mir etwas Schmerzliches zu gestehen haben, würde ich die Last mit dir teilen und sie damit für dich erleichtern. Ich hätte den Rückzug antreten und aufhören sollen, aber die Diskussion ging weiter und ich habe dir nichts erspart. Denn ich spürte, dass du mir dieses Mal etwas anvertrauen würdest. Also habe ich meine Pfeile systematisch platziert, um dich so zu erschöpfen, dass du dich nicht mehr verteidigen würdest. Ich suche nur die Wahrheit, Anna. Die Wahrheit, die Wahrheit. Du führst dieses Wort im Mund, aber hast du dich jemals gefragt, ob du in der Lage wärst, die Wahrheit auch zu ertragen? Dieses Wortgefecht säte Zweifel in mir. Ich erkannte dich nicht wieder, Dein Eyeliner war verlaufen und in deinen Augen brannte ein Feuer, das ich bisher noch nicht gesehen hatte. Du willst wissen, ob ich ein Geheimnis habe, Raphael. Die Antwort lautet ja. Du willst wissen, warum ich nicht mit dir darüber sprechen will, weil du, sobald du es kennst, nicht nur aufhören wirst, mich zu lieben, sondern mich sogar verabscheuen wirst. Das stimmt nicht. Du kannst mir alles sagen. Zumindest war ich in diesem Moment felsenfest davon überzeugt, dass nichts, was du mir enthüllen würdest, mich erschüttern könnte. Nein, Raphael, das sind nur leere Worte. Worte, wie du sie in deinen Romanen schreibst, aber die Wirklichkeit ist stärker als Worte. Irgendetwas hatte sich verändert. Ein Damm war gebrochen. Jetzt begriff ich, dass auch du dich fragtest, wie viel Mut ich tatsächlich hatte. Auch du wolltest es jetzt wissen. Ob du mich immer lieben würdest, ob ich dich genügend liebte, ob unsere Beziehung der Granate, die du zünden würdest, standhielte. Dann hast du in deiner Handtasche gewühlt und ein Tablet herausgeholt. Du hast dein Passwort eingegeben und die Foto-App geöffnet. Langsam hast du dich durch die Bilder gescrollt, um ein bestimmtes Foto zu finden. Du hast mir fest in die Augen geblickt, einige Worte gemurmelt und mir das Tablet gereicht. Und ich sah das Geheimnis vor mir, dessen Enthüllung ich dir abgerungen hatte. Das habe ich getan. Wiederholtest du mehrmals. Wie vor den Kopf geschlagen, starrte ich mit leicht zusammengekniffenen Augen auf das Display, bis es mir den Magen umdrehte und ich mich abwenden musste. Ein Frösteln durchlief meinen Körper. Meine Hände zitterten, das Blut pochte mir in den Schläfen. Mit allem hatte ich gerechnet. Ich glaubte, alles im Voraus bedacht zu haben. Aber niemals wäre ich auf diesen Gedanken gekommen. Mit weichen Knien stand ich auf. Von Schwindel ergriffen, schwankte ich, aber ich zwang mich mit festem Schritt das Wohnzimmer zu verlassen. Meine Reisetasche stand noch im Eingang. Ohne dich auch nur anzusehen, nahm ich sie und verließ das Haus.